ja leute was geht es geht weiter mit let's play hier ähm Horizon Zero Dawn auf dem PC wir machen weiter wir sind fast beheblich nein verbotenen Zone kann da ja mal hinreiten und die verboten oh jetzt auch noch ein Ding mal blau bedeutet nicht gemacht ne ich habe ja jetzt ein einziges von den gemacht ich glaube das haben wir noch nicht gemacht das haben wir noch nicht ne 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 dann würde ich sagen ähm gehen wir da hin oder gehen wir mal da hin äh ja das machen wir heute Quest ich hab hier Aufträge, Aufträge, Neue, Neue, Neue Ah ok Ah ja mit seiner Familie genau das war ja eigentlich das was ich machen wollte wir haben das ja hier noch ein bisschen ja da haben wir noch genug zu tun sehr gut äh ja mein Stürmer ja wir gib dich zu den Sporn äh Felsen juck du bist sogar in die Richtung oh nice halb halb zumindest oh geil läuft doch ja ja wir müssen ein bisschen abbiegen ja ja stimmt die war wir das letzte Mal gemacht da haben wir gejagt diese Verditen da ausgeschaltet ja ja ich erinnere mich ja ja aber mal gucken was uns heute erwartet ach Leute das Spiel ist echt wunderschön kann man gar nicht oft genug sagen und jetzt ist auch mein Rechen also ich hab mein neues Gehäuse jetzt und jetzt ist auch besser wieder Wärme und so wieder ja ä so es 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 ja natürlich ja nie ist Wollen wir da lieber ein bisschen mit warten, ein bisschen mehr Energie haben? Ich glaube, das wäre taktisch klüger. Ja, vermute ich es ja... Ah, okay, also wir haben mehr Fähigkeitspunkte. Nice. Bunteleise, wow. Bunteleise, wow. 15% mehr Schalballschlackengriffen. Hatten wir das nicht gehabt? Ah ja, genau, das hätten wir doch. Ach, er hat wohl nicht gespeichert. Ach so, okay, gut. Äh, nee, dann würde ich sagen, damit warten wir noch ein bisschen. Sonst, ähm, ja, ich glaube... Wir können, ja. Trotzdem dahin gehen können wir trotzdem. Ja, da sagen wir nicht zu tun. Aber als Anderer. Da warten wir noch ein bisschen, weil ich glaube... Ja, du willst 20 Steerzeilen, kannst du auch deutlich später machen. Es ist ja nicht, äh, nicht tragisch. Ja, würde ich sagen, und... Ja, sonst, äh... Hallo, 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 ja, danke, 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 sehr. Ich kann nicht bestandweit gebrauchen. Ich empfange wieder ein Signal. Hm. Das haben wir ja erst einmal gemacht, glaube ich, ja, ja. Und von da aus reiten wir dann da hinten weiter. Von hier, oder? Ach, da ist er. Ich muss irgendwie zum Kopf des Langehalses hinaufkennen. Äh, du kannst da nicht hochziehen. Ja. Ach komm, entlang, ja, komm, ja. Führer irgendwas, ist auf mich, auf mich gerichtet? Führer, stopp' ich mal. Das wird mir noch weiterhelfen. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langehals spüren können. Ja, ja. Man muss, der kommt aber noch ein bisschen. Ja, er schnappt den Maul. Oh, oh. Okay, das ist aber auch irgendwie ne, ne kleine Wartesache, ne? Ja, ich setz mal ab. Ja, passt, passt, passt. Wir können an diesen Stangen springen. Okay, gut, Leute, gut, gut, gut. Alter, es ist so unangenehm hier, ne? Es ist so hart unangenehm. Bisschen angenehm hier, wenn ich die Schnappschildkorde sieht, ne? Dann muss ich mal in Position gehen. Jetzt. Okay, jetzt will ich nur noch zum Kopf gehen. Och, so nützt er halt das. So. Der will abschießen, ne? Dann muss ich mal stehen. Ey, wenn der mir jetzt abschießt. Yes. Ah, wir haben es geschafft. Sehr gut. First try. Nice. Wieder mal haben wir die Map erweitert. Wo, jetzt war es so, okay, das war bekannt. Ist das? Das war es so, okay, das war es so. Was ist der Siebel? Ja. ja ich glaube wir machen aber das hier ok ein kind die alten stein schock schaden weiß heute gemacht wird in den städt schüttelten anlegen kommt auf einem stürmer heißt muss ich nicht mehr stören in den ich im Fußball dieser um das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen das ist so wunderschöne es ist so wunderschönen es ist wirklich echt ein traum rede mit olin ja 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 ich hätte zwar ohne rt2 hey altes haus na du musst mir irgendwann mal zeigen wie du das machst eine frau die ihr wort hält olin deine familie ich sah helis drohung du hast eine frau und einen sohn ich hätte sie lieber beschützen sollen statt all diese dinge zu tun das ist deine chance olin deshalb sind wir hier ich nutze sie du bist wirklich zu großmütig hält man sie in der nähe fest ja auf dem gehöft unterhalb der felsen ich führe dich da ist es da neben den sparen felsen ähm 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 ja da ist ja was der nächste folge würde ich sagen da rum zu spät ja ich komme weiter 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 da auch weiter du kulturalschaden komm her ähm meinst du nicht ich soll das lieber alleine machen kultisten nicht vor die bilden die karriere netten gegner das ist es ich bin so nah dran und kann immer noch nicht es ist bald vorbei wie viele eclipse sind es soweit ich weiß recht viele bewaffnet und gerüstet bogenschützen auf den felsen sie haben aber keinen platz für maschinendämonen du hast sie ja beobachtet ich komme ich hinein glaubst du wenn ich strategien entwickeln könnte wäre auch nur einer von uns beiden hier stimmt wohl wir könnten das tor schaffen stürmen außer am stil oder von der seite oder von oben kommen vielleicht kommst du irgendwie aufs dach ich nicht ich bin viel zu schwer und frisst wie ein knöppers junge und dann kommt er aufs dach soll ich das allein machen ja du könntest es bestimmt aber mit den eclipse hast du immer feinde im rücken ich halte ihn dir frei wenn du mich lässt nein warte hier sei bereit wenn das kämpfen vorbei ist oh ich bin bereit danke ich möchte ich möchte keine hilfe dafür bin ich schon nein nein ich mag keine hilfe mag vielleicht intelligenter seine hilfe anzunehmen nein nein ist da draußen etwas äh lademmung Ladehemmung ich sehe den Kopf nicht junge wo ist denn da der Kopf ja das ja wow danke ich werde da du hast du Ja, wir können jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir noch. Ja, natürlich. Alter, schaffst du mal? Hallo? Hallo? Wirst du mal danke? Junge, jetzt jagt mich doch nicht. Jetzt nimm das Ding. Genau. Na easy, so. Äh, wieviel von den Dingern? Drei wieder? Zwei? Alter Schwede. So. So. das ohne sohn das gehört okay absolut kein platz dafür die kämpfe ja gut ich habe ja ein bisschen ich hätte nicht so rein stürmen dürfen ein gehäftes schmerz 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 Ja. 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 Das ist auf der Zeit. Das ist ein. Ja, wir haben ein unsiegbares Tutan. Ja, und wo ist jetzt in der Familie? Wir haben den Lärm gehört. Du gehörst nicht dazu. Wer bist du? Keine Angst. Ich hole euch hier raus. Ich hatte immer noch Hoffnung, aber sie wurde immer schwächer. Ist das jetzt sicher für uns? Euch wird niemand mehr aufhalten. Dann ist es vorbei? Ich wollte fliehen. Ich schmiedete Pläne. Doch alle gefährdeten meinen Sohn. Du hast überlebt. Ihn beschützt. Das ist wichtig. Und dein Mann wartet auf dich. Ohlen. So. Na, Ohlen, du hast deine Familie wieder. Ohlen. Du hast ihn hergebracht. Danke. Du musst mir nicht danken. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen Teufelschen Pakt. Und andere büsten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Ohlen. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Ohlen. All deine Fehler. Mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Leb wohl, Aloy. Deine Mutter. Ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Danke. Ja, auch wir auch. So. Genau. Na, wir haben das Jahr. Da war eine ganze Zeit der Quest. Äh, wir sind wieder Stufe 22. Juhu, nice. Oh, wieder ein bisschen mehr. Mh, ein Lack hat das geil. Ja, okay. Äh, genau. Würde ich sagen, die nächste Folge gehen wir da hinten hin. Wird man da rein? Wird das noch? Oh, das Sammeln dauert echt lange, ne? Ich würde mich echt wünschen, das ein bisschen. Ja. Ein Tick schneller gehen. Yep. Ich hab dich gesehen, Kumpel. Und genau, hier ist noch was. Ja. Dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es heute mal wieder Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht es hier immer weiter, hier mit Let's Play Horizon Zero Dawn auf dem PC. Bis dann, haut rein. Tschüss, wir haben Pirates. Ciao. Also, wir sehen uns beim jakemer själ. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.